Jetzt sind wir ja im Schulgarten, wo wir die Pflanzen jetzt bewässern und Namibia ist ein ganz trockenes Land und wir müssen auf das Wasser ganz gut aufpassen. Und wie ihr jetzt seht, ziehen die Kinder Unkraut aus den Garten, damit die Pflanzen gut wachsen können und ja, wir passen die auch ganz gut auf. Hallo, ich heiße Lundu und ich bin in der Waldorfschule und ich mache schon Biwet von der 9. Klasse. So, heute würde ich euch nur erzählen, was wir schon gemacht haben. Wir haben in der 9. Klasse Hospitality angefangen, wo man kocht und wie man Tische aufdecken macht, das lernen wir. Und hier in Namibia haben wir viele Touristen und wir müssen viel mit das arbeiten. So, wir lernen das in der Schule schon, wenn viele Kinder das schon irgendwo anders machen wollen, können die das schon jetzt in der Schule machen und später auch machen. Aber wir lernen das auch, um zu Hause zu helfen und wie man kocht, Tische decken, aber wir können auch hier in der Schule lernen, wie man die Betten auflegt und das Zimmer sauber macht. Zweimal oder dreimal in der Woche können wir auch für die Lehrer kochen und wir können auch backen für den Tagshop hier in der Schule, Kuchen und alle verschiedenen Sachen. Wir lernen und wir können auch voneinander lernen, was wir schon vorher gelernt haben. Wir lernen auch über Wein und wie man die Weingläser auf den Tisch legt. Beispiel. ... Wenn jederdi in eins zuern ist, kann man ein paar Stundenklasse wichtig haben.